Hallo, ich bin der Hubert. Heute ist meine Geburtstagsparty. Ich zeige euch ein bisschen die Dekoration und werde euch dann noch ein paar Bilder mit dazu fügen. Dann ein weiteres seht ihr nachher. Ich wünsche euch viel Spaß und allen, allen, die mir zum Geburtstag gratuliert haben. Ich habe um 17 Uhr geschaut, waren schon über 500. Ich danke euch allen für die lieben Glückwünsche und viel Spaß und das Beste für euch zurück. Vielen Dank. Tschüss.